Bern, Esbischu, Hauptstadt, UNESCO-Weltkulturerbe, Brücke zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz. Entsprechend vielfältig ist die Arbeit hier in der Stadtverwaltung. Wir sind Teil davon und stolz darauf. Damit Sie sich sofort bei uns zurechtfinden, haben wir hier die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Los geht's! Es stimmt, wir lieben unsere Stadt. Die Aare, der Zibbelmerit, der Kindlifresserbrunnen. Deshalb setzen wir uns als Stadtangestellte auch mit all unseren Fähigkeiten, Talenten und unserem Wissen für Bern ein. Für dieses Engagement werden wir von unserer Arbeitgeberin respektiert, wertgeschätzt und gefördert. Das ist unser Personalleitbild. Wir repräsentieren nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch darüber hinaus die Werte unserer Stadt. Wir sind für die gesamte Bevölkerung da, von A bis Z. Wir setzen uns für Chancengleichheit ein und sehen Vielfalt als Bereicherung. Nicht zuletzt liegt uns das Wohl der Umwelt am Herzen. Unser Verhalten ist verantwortungsvoll, ökologisch und sozial. So steht's im Verhaltenskodex und daran glauben wir. Wir stehen für Fair Play. Rassismus, sexuelle Belästigung, Mobbing und andere Formen von Diskriminierung werden bei uns nicht toleriert. Wer Diskriminierung erlebt, wird unterstützt. Wer Diskriminierung beobachtet, schaut nicht weg und reagiert. Die Merkblätter helfen uns dabei, die richtigen Worte und die richtige Anlaufstelle zu finden. Schon gehört! Wer bei uns mit dem Velo arbeiten geht, hat was zu Gute. 120 Franken im Jahr kriegen wir, wenn wir zur Arbeit radeln. Aber auch wer lieber mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fährt, erhält dafür einen Beitrag. Wo wir Stadtangestellte sonst noch sparen können, lesen Sie in der Übersicht zu den Vergünstigungen nach. Es lohnt sich! Was haben erste Hilfe, soziale Medien, Verwaltungsrecht, Pensionierung, Achtsamkeit und Personalpolitik miteinander gemeinsam. Auf den ersten Blick nichts, aber auf den zweiten Blick sehr viel. In diesen und vielen weiteren Themen können wir Stadtangestellte uns nämlich weiterbilden und beraten lassen. Nicht schlecht, oder? So, das war's fürs Erste. Genauere Informationen finden Sie im Web auf bern.ch unter «Dabeisein». Willkommen in der Stadtverwaltung! Wir freuen uns auf Sie! 緊! Dr jetzigen. Untertitelung des ZDF, 2020